Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kollegen! Liebe Gäste im Deutschen Bundestag! Das ist eine knallharte Aussage, Herr Maas. Die Maxime der deutschen Außenpolitik heißt, wir wollen dem Frieden dienen und ihn verpflichtet fühlen. Ja, selbstverständlich. Was denn sonst? Wollen wir im Krieg dienen? Ja, natürlich, weil deutsche Außenpolitik dem Frieden dienen, das ist doch selbstverständlich. Aber schon mit Ihrer nächsten Bemerkung, nämlich, dass wir dem europäischen Frieden dienen, treffen Sie bei der AfD in einem Punkt auf Widerstand. Sie sind der deutsche Außenminister, Herr Maas, und Sie haben erst einmal der Bundesrepublik Deutschland zu dienen und dann zu schauen, wie wir das mit unseren europäischen Freunden und Partnern abstimmen. Das ist der Weg, wie deutsche Außenpolitik gestaltet werden muss. Und wenn ich jetzt die Gespräche im Auswärtigen Ausschuss, im Verteidigungsausschuss, aber auch bei Ihnen im Auswärtigen Amt sehe, dann habe ich immer den Eindruck, dass da Satzbausteine von einer Rede bis zur anderen, von einem Papier zum anderen geschoben werden. Die Inhalte kommen mir alle wahnsinnig bekannt vor. Die habe ich schon viele Jahre lang gehört. Ich habe mich auch gewundert, hat die Kollegin von der Linken recht, dass Sie Tage gebraucht haben, um zu einer klaren völkerrechtswidrigen Aktivität der Türken eine Stellung zu beziehen. Noch gestern ist der Staatssekretär Lindner im Auswärtigen Ausschuss rumgeeiert, um genau diese Verurteilung nicht zu machen. Sie brauchten eine Bundeskanzlerin, die heute klipp und klar endlich, nachdem alle Fraktionen in diesem Hause sich dafür ausgesprochen haben, dass das eine völkerrechtswidrige Handlung ist, dass Sie endlich heute dieser Formulierung zugestimmt hat. Ich habe auch den Eindruck, dass bei uns das, was wir unter Realpolitik verstehen, in Ihrem Hause immer als Moralpolitik angeht. Wir sind davon überzeugt, dass Realpolitik im deutschen Interesse die Marschrichtung für die deutsche Außenpolitik sein muss. Die Moralpolitik quasi am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das machen Sie bei vielen, vielen Aktivitäten, auch beim Militärischen immer wieder geltend. Das führt für meine Begriffe zu einem Gutmenschen-Kolonialismus, der in der Form, ja, ein Gutmenschen-Kolonialismus, wenn es da ist, am deutschen Wesen soll die Welt zu lesen, weil die Welt eben nicht so ist, Herr Maas, wie sie ist. Ja, wir wollen Menschenrechte, wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit. Die haben wir in Europa, aber in anderen Ländern ist das eben nicht der Fall. Und trotzdem müssen Sie dann mit denen reden, mit denen Sie ab und zu nicht reden wollen. Das gehört zu den Grundelementen einer deutschen Außenpolitik. Und ich habe immer den Eindruck, genau das vermeiden wir. Sie fahren nach Paris, aber Sie fahren nicht nach Amerika, wenn der Trump bei uns Strafzäule einführen will. Und in Paris, lieber Herr Maas, sagen Sie, hat Ihnen, sagen Sie, hat Ihnen Herr Macron die Hand entgegengestreckt. Das haben Sie falsch gesehen. Er hat die Hand in Ihre Tasche gestreckt. Denn das wollen die Franzosen ihre Misere auch mit deutschen Finanzen finanzieren. Kehren wir also zu dem zurück, was es mal vor der Existenz der AfD gegeben hat, Herr Hofreiter. Da gab es eine FDP, da gab es auch noch nicht. Da gab es einen deutschen Außenminister, das loben wir ja ausdrücklich, der Realpolitik zum Ziel hatte. Auch das ist in unserem Sinne Realpolitik im deutschen Interesse. Das ist Ihre unmittelbare Aufgabe. Und ich habe immer den Eindruck, das finden Sie nicht sehr attraktiv. Und Sie haben es längst aus dem Blick verloren. Lassen Sie mich noch zwei Anmerkungen machen. Nämlich einmal, ich habe heute Morgen Ihre Rede gehört, Ihre Anmerkung gehört zu Russland. Mich verwundert es nach wie vor. Es wird die Modernisierung der russischen Nuklearwaffen angeführt. Aber es wird völlig ignoriert, dass übrigens nach einem fulminanten Wahlsieg von Herrn Putin, das müssen Sie leider mal so hinnehmen, er eine Abrüstungsofferte gemacht hat. Das hat in diesem Hause keine Erwähnung gefunden. Und dann sind wir der Meinung, auch das muss aufs Tapet, auch das muss diskutiert werden. Und dann lassen Sie uns in diesem Punkt ja endlich die Russland-Sanktionen beenden, mit den Russen wieder zu einer friedlichen Verständigung kommen. Im deutschen Interesse und nochmal im europäischen Interesse. Das wollen wir alle. Und da sind wir ja auch bei Ihnen. Aber mit einer Sanktionspolitik, die allen schadet und keinem nützt, die uns besonders schadet, werden wir es nicht schaffen. Ich habe es hier schon mal gesagt, bleiben wir dabei. Die Sozialdemokraten müssten jetzt jubeln. Egon Bahr hat gesagt, Wandel durch Annäherung, nicht Wandel durch Sanktionen. Das ist in der Tat der richtige Weg. Da kann ich sogar mal sozialdemokratisch denken. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Danke, Herr Hampel. Nächster Redner, Dr. Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion.